Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft und direkt die Folge nach dem großen Absturz in der letzten Folge, der total toll war. Und ich habe dann auch direkt mal, ich weiß ich hätte das nicht tun sollen, aber irgendwie verkrafte ich das nicht, dass wir das alles verloren haben. Und zwar habe ich diese Kiste hier hingestellt, da ist das Zeugs drin, jetzt werde ich das Zeug aber nicht direkt alles mir wiederholen und dann so tun, als wenn nie was gewesen wäre, sondern ich lasse sie jetzt erstmal hier stehen und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das denn wollt, ob ich das jetzt alles wiederhole oder ob ihr das besser findet, wenn ich dann einfach jetzt nochmal mehr oder weniger von vorne beginne, was das angeht. So, das wollte ich nochmal gesagt haben und dann reiße ich hier mal eben das hier alles wieder raus. Zack, 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 zack. Da machen wir nämlich am Lagerhaus weiter und ich habe keine Fackeln mitgenommen. Ich muss mir gleich ein paar Fackeln machen, beziehungsweise ein paar Fackeln holen und da ist ein Enderman, hoffentlich ist er nicht wütend auf uns. Und Fenster brauchen wir. Äh, zack. So, erstmal alles einsammeln. So, äh, ja, den Boden können wir einfach so mit Holz auslegen, okay. Warte, dann machen wir erstmal zack, 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 zack. Oh, der ist direkt hier oben, okay. Okay, jetzt rüls auf uns. Geh weg, 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 geh weg. Okay, er scheint weg zu sein, okay. Einfach weitermachen. Zack, okay, jetzt müssen wir wieder erstmal hier ausbauen. Und zack, 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 nein. Zack, 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 zack. Okay, holzleer. Und zweiter. Hey, hallo. So, jetzt aber. Okay, dann wären wir jetzt damit fertig. Äh, Treppen, Treppen, oh, wir haben sogar Treppen aus Holz. So, wie machen wir das jetzt? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Ich glaub, die kommen hier hin, dann kommt hier sowas hin. Zack, 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 zack. Und hier ebenfalls, zack, zack. So, zack, zack, zack. Und... Nein. So. Hier, nein, 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 nein. So. Zack. Ja, genau so war das. Also, ja, ich glaub schon. Da müssen wir jetzt gleich nochmal mehr Holz holen. Ist das ein Ei, oder? Ja, das kann ich einsammeln. Noch ein Ostrich-Eck. Noch ein Elefant. So, dann machen wir jetzt erst einmal. Äh, Fackeln. Ach, hier haben wir ja auch noch Zeug drin. Schleimwelle. Eine Fackel haben wir. Ah, tun wir mal ein bisschen was da rein. Das sortieren wir natürlich später hinterher alles aus, wenn das Lagerhaus fertig ist. Hm. Ach, jede Menge Tropenholz. Ja, da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Glas brauch ich aber. Aber ich brauch nicht nur dieses Glas. Ich brauch auch das, äh, Dicke. Hm. Hm. Tür. Ne, da sind Türen drin, oder? Ne, ich glaub nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Der Ofen ist leer. Dann machen wir da das rein. Das müsste eigentlich reichen. Gegen was hat mir da gekämpft? Irgendwas Pelziges. Das sammle ich mal ein. Der tut mir nix. Gut. Ja, man kann ja nie wissen bei den Viechern. Da ist ein Tiger. Jetzt muss ich aber mal gucken. Den Baum beiß ich auf jeden Fall ab. Äh, hab ich... Hey, bist du... Alter, warum greifen mich hier eigentlich alle Viecher immer an? Oh, der da. Die Viecher sind irgendwie total böse. Oh, der ist ja ne Höhle. Da geh ich jetzt... Alter, 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 was? Ah, schon wieder gestorben. Egal, das Zeug kriegen wir wieder. Schnell, 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 schnell. Lauf, 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 lauf. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Hallo? Okay, und... Piu, 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 komm, 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 komm. Ich will mein Zeug wieder haben. Alter, was sind denn hier eigentlich für Viecher? Komm her, blöde. Ich mach dich mit der Federplatte. Oder auch nicht. Nein, ich mach dich nicht mit der Federplatte. Okay, war ein Versuch wert. Hat nicht geklappt. Wurde von Big Cat erschlagen. Okay, jetzt nochmal zurück. Alter, diese Folge ist irgendwie... ...nicht so gelungen. Direkt der Anfang hier. Das ist ein fieses Vieh. So, wo sind wir vorhin gestorben? Hier nicht. Nein, schon wieder? Lass mich in Ruhe. Ey, was ist denn das für ein Vieh, Alter? Der ist ja unsterblich. Ich will meine Sachen nur wieder haben. Ah, ey, dieses Spiel ist so zu... ...ahhh... ...kriegt man Aggressionen. Also, auf ein neues. Zum dritten Mal. Alter, das... ...nochmal mach ich das nicht. So, wo liegen die Sachen? Ah, hier. Okay. Ja, wir hatten ja glücklicherweise... ...nicht mehr so ein hohes Level. Unsere Äpfel. Spitzhacke haben wir natürlich nicht. Ey, was möchte ich haben? Oh, klar. Ja, okay. Spitzhacke ist weg. Das ist schon mal gut. Nein, da ist... ...da ist eine Axt, aber nicht die Spitzhacke. Hm. Wo ist die Spitzhacke hin? Ach, haben wir schon. Okay. Zack, zack, zack. Das ist ja... ...das wird ja immer besser. Wo ist meine Spitzhacke? Hier ist ein bisschen Eisen. Ach, da. Okay, haben wir jetzt alles wieder. So, hoffentlich greift der mich jetzt nicht an hier. So, dann hauen wir jetzt mal ab. Wehe, du greifst mich an, dann war ich dich platt. Nicht mehr mit mir, Leute. So, jetzt aber zurück zum Lagerhaus. Ne, warte, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Wir haben ja was gebrannt. Unser Glas. Hoffentlich ist das fertig. 25 Stück. Ja, das nehmen wir mal mit. Das müsste eigentlich reichen. Günther. Und der Horshorst. Okay. Stück, der hatten wir ja auch noch. Gut, was... Nein, nein, böser Bär. Böser Bär. Ne, ich wollte eigentlich Holz holen, ne? Aber es wird jetzt dunkel. Dann gehe ich jetzt erstmal nochmal schlafen. Und dann hole ich Holz. Und wieso ist das so... Zack, zack. So muss das sein. Nein, ich habe... Hm. So. Jetzt gehen wir aber schlafen. So, gute Nacht. Gute dreimal von Big Cat erschlagen. Ne. Oh, das ist aber schön. So. Äh, Moment. Wenn ich vor dem Amos gucke. Und... Zack. Okay, ist alles okay. Warte. Äh, ja. Okay, nein, nein. So. Hm? Nein. Wie? Wie? Nicht... Ein Hase. Ja, den lassen wir erstmal hier rumlaufen. Dann, zack. Und... Böse Schlange, böse Schlange, böse Schlange, böse Schlange, böse Schlange. Nein. Ach, wir sind vergiftet, ja. Ich trau dir nicht. Komm her. Tja, das war aber nichts, mein Freund. Ne, eins. Hallo, ich tuk eins. So. Dann sammeln wir jetzt nochmal Holz. Und wir haben gar keinen Platz für Holz. Das hier werfen wir dann mal weg. Äh, wo sind die Setzlinge? Da sind die Setzlinge. So. Jetzt aber. Ne, den Baum nicht. Wir nehmen den Baum. Der andere ist dann doch ein bisschen zu groß. Na egal, einfach da hin. So, welche Bäume können wir denn noch fällen? Den da können wir fällen. Eine Schnicke. So, und... Ja, egal. Noch ein Baum, noch ein Baum, noch ein Baum. Und wie es aussieht, sind wir hungrig. Habe ich noch die Äpfel? Ja, die sind nur da. Äh, ja. Ach, ein Apfel. Okay, ich dachte schon, der Bär will uns jetzt angreifen. Nein, das tut ja nicht Glück gehabt. Hey, geh mal aufs Seite. Ich will das da... Ja, okay, danke. Noch so einer. Komm her. Komm her. So, ich mag die Viecher nicht. Die sind voll böse. So, dann machen wir mal den hier. Und dann holen wir uns einfach mal das Zuckerrohr von hier. Den Zuckerrohr. Das Zuckerrohr. Egal. Geh weg da. Ach, wir können... Ach, wir können das gar nicht mitnehmen. Warte, irgendwas werfen wir weg. Oh, Turkey. Das brauchen wir nicht. So. Jetzt aber hier sind wir fertig. Und... Oh, guck mal, ein Schleim. Boah, Alter. Fast wäre ich runtergefallen. So. Ein Schleim, ein Schleim, ein Schleim. Komm her. Ich mag die. Das sind irgendwie meine Lieblingsgegner. Klingt bescheuert, aber... Bescheuert. Hä? Oh, warum geht denn das mit dem Schwer zu schnell? Hm. Geht auf jeden Fall schnell. Ah, das ist so ein Megabaum. Ja, okay. Ja, den kriegen wir schon irgendwie gefällt. Zack, zack. Und... Alter, wieso nehme ich immer diese Megabäume? Dann machen wir jetzt Erde. Zack. Ah, ja, was soll's. Äh, ja. Das hier. Und 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 das hier. auch noch was. Alter, wie fett ist denn der? Okay, da komme ich jetzt. Doch, da komme ich dran. Und ich bin runtergefallen. Ja, egal. Machen wir einfach mal. Egal, wenn der jetzt da nicht runterguckt, dann runterguckt. Ist jetzt egal, ob der Baum da jetzt gefällt wird, ob der jetzt da umfällt und ob da noch was drin ist oder nicht. Ich möchte mich ums Lagerhaus kümmern. Wie viel? 45. Okay. Oh Mann, ich gehe mal hier hin, obwohl ich gar nicht für das Holz dahin müsste. Was werfen wir weg? Ne, Leder werfen wir nicht weg. Ostrich-Miet. Ne. Was werfen wir denn jetzt weg? Heid. Ne. So, was können wir noch wegwerfen? Äh. Hm. Ach, egal. So. Wird schon schiefgehen. So, was müssen wir jetzt hier da noch machen? Äh. Hm. Die hier brauche ich. Die hier. Warte. Das ist jetzt nicht ganz so leicht. Nein, aber so ist das nicht. Zack, zack. Okay, da kommt da eine Kiste drauf und dann eins, zwei, drei hoch. Ja, machen wir vier. Okay. Dann kommt da eine Kiste und dann... Zack, kommt hier eine Kiste. Dann machen wir das hier genauso. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Okay. Dann machen wir es hier auch. Zack, zack, zack. Zwei Stück. Einer. Und zwei Stück. Einer. Zwei Stück. Einer. Zwei Stück. Und einer. Passt perfekt. Ja, so war das auch geplant. Zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und perfekt. Okay. Das müsste eigentlich hinhauen, oder? Jetzt hier da mit der Kiste. Und ich später ausprobiere. Habe ich den jetzt aufgesammelt? Ich weiß nicht, habe ich den aufgesammelt, aber naja, egal. So, wir machen jetzt erstmal hier. Zack, 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 zack. Und dann zack, 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 zack. Nein. Achso, ich habe Schiff gedrückt. Ja. Ja, manchmal. So, jetzt aber. Zack, zack, zack. Nein. Manchmal klappt es nicht so, wie man das will. Jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. So, das unten fehlt. Stimmt. Okay, jetzt haben wir unten. Jetzt brauchen wir jede Menge Kisten, aber bevor wir die Kisten machen, zack, 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 zack. Und zack, zack. Nein. Aha. Zack, zack. Und zack, zack. muss doch rein theoretisch passen, wenn ich dann... Hey. Äh, wie war denn? Nein, das hier muss gar nicht dahin. Ja, so. Okay, die Fackeln. Ach, wir haben jetzt ja schon zwei Fackeln. Äh, eine setzen wir uns hier hin. Eine am besten hier. Dann haben wir jetzt ein bisschen Licht. Ja, das müsste so weit hinhauen. Dann gucken wir mal, wie viele Kisten wir hinkriegen. Äh, da ist hier kräftigen Nebel. Zack, ey. Zack, und... Und... Und keine mehr. Okay, und die nächste. Also, wir verbomben hier unser ganzes Holz. Also, zehn Kisten kriegen wir hin. Das sind fünf Doppelkisten. Ach, wir haben ja noch mehr. Okay. Die Musik ist schön. Passt ja zwar nicht so ganz zum Kistencraften. Aber vielleicht irgendwie so kampfmäßig. So, mehr Holz. Doch, wir haben noch mehr Holz. Uh. Und... Ja, das wird dann möglich alles sein, was wir haben. 22 Kisten. Dann mal gucken. Machen wir erst mal die komplette untere Reihe. Nein. So. Zack, 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 zack. Und... Nein, nicht. So. Sechs Kisten haben wir noch. Ah, komm, komm. Eine Doppelkiste noch. Okay, das war's. Dann haben wir schon mal fast die untere Reihe. Und dann fehlt noch die obere Reihe. Das heißt, wir brauchen jede Menge Holz dafür. Aber ich denke, das Holz sammeln wir dann in der nächsten Folge, weil jetzt ist ja schon so lang, schätze ich mal. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr mir eine Antwort geben könnt auf diese geheimnisvolle Kiste hier. Ähm... Jo, und... Hoffe, dass es euch gefallen hat und sage Ciao!